Heute wenden wir uns vor allem an alle Rennradfahrer unter euch. Hallo, ich bin Martin vom Cubestar bei Multicycle. In diesem Video zeige ich euch das Attain GTC Race aus dem Modelljahr 2021. Dieses Bike hat die Farbe Carbon, ein Flash Yellow. Besonders gut gelungen ist der gepunktete Farbübergang auf dem Oberrohr. Den Rahmen gibt es in sechs Größen, von 50 bis 62 cm. Hier siehst du es in der Größe 58 cm. Das Rad hat einen Cube Aerodisc Laufradsatz und Conti Grand Sport Race SL Reifen. Kommen wir zu den Komponenten. Das Bike hat eine Cube CSL Race Carbon Gabel. Zum Schalten nutzt du bei diesem Bike eine zweimal elffache Schaltung von Shimano. Der Gangwechsel erfolgt über die Shimano Schaltbremsgriffeinheit. Ebenso steuerst du hier die hydraulischen Shimano Scheibenbremsen an. Sehr cool ist das Lenkerband, das wie der Rahmen einen Farbverlauf von Schwarz zu Gelb hat. Das Rad kostet 1799 Euro. Bis 31. Dezember 2020 erhältst du in deinem Cubestar beim Multicycle einen Mehrwertsteuerrabatt von 3%. Du findest das Rad online unter multicycle.de slash 477-200. Den Link findest du natürlich auch in der Beschreibung. Wir würden uns freuen, wenn du unseren Kanal abonnierst und somit keine Videos mehr verpasst. Übrigens, mit dem Kauf eines Rades bei uns pflanzen wir einen Baum. Mehr dazu auf www.jedespikeinbaum.de Und dann wird immer noch eines Rades bei uns pflanzen und das Ganze ein bisschen mehr verpasst. Bis zum nächsten Mal. Wie ist die Rades bei uns pflanzen? Vielen Dank.